Artikel 5 Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Ja, ja, da sage ich uneingeschränkt, ja. Folter ist also weltweit verboten und trotzdem wird schier gar weltweit gefoltert. Wenn ich mich da reinverspiere, dann tut mir echt alles weh und es kann sogar sein, dass in deiner nächsten Nachbarschaft gefoltert wird, weil zum Beispiel gibt es so Clubs und Gemeinschaften, die sehr dubiose Aufnahmerituale haben, wo Menschen erniedrigt und misshandelt werden. Und alle machen sie mit, weil sie meinen, das gehört dazu und man will ja schließlich dazugehören, selbst wenn es dazu ein menschliches Downgrade braucht. Also, ich sage dir alles, wenn du dich so weit neunerlässt, um scheinbar aufzusteigen, das ist total unter deiner Worte. Da schaufelst du dir dein Eugenskrab, da wirst du vom Mensch zum Tier und letztlich zum Wurm, wo es dann bloß noch umfressen oder gefressen werden geht. Und der Kant hat schon gesagt, wer sich zum Wurme macht, darf nicht darüber klagen, selber mit Füßen getreten zu werden. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wo diese Abwärtsspirale der Gewalt nachführen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du vom Mensch zum Wurm mutierst, dann haben wir wirklich das Ende der menschlichen Evolutionskette erreicht. Tiefer kannst du eigentlich nicht mehr sehen. In diesem Sinne, haben sie es, dann denken sie es nicht. Patriot Untertitelung des ZDF, 2020